Jo Leute, was geht und willkommen bei einem neuen Video. Ja Leute, ich bin gerade hier im Jibbelbomys, gerade hinter der Kamera, Leute. Wir haben vorhin auch Smogas zu fahren. Die machen genau in 25 Minuten zu, Leute. Wir versuchen schnell dahin zu fahren und irgendwie schmuggeln wir uns da rein, Leute. Ja Leute, wir sind jetzt schon in Lippstadt angekommen und wir gehen jetzt ins Shisha-Café. Und ey, woher die sagen, was wir aufnehmen, sagen wir, wir drehen einen Vlog. Okay. Okay. Oh, wie kalt das ist, Leute. Die haben schon fast 10. Kommt schon zu? Ja. Alter, das geht nicht. Eine persönliche Kamera. Mach dir das gut? Ja. Ich gehe jetzt schon mal auf. Ja. Mach mal. Hey. Mach mal. Mach mal rein. Mach rein. Mach rein. Hey Jungs, wenn ihr das Video später anschaut, sorry Alter. Auf jeden Fall, Leute, machen die 4 Minuten zu. Ey Leute, ich muss gerade mein Handy Licht anmachen. Ich glaube, die sind immer noch da, Alter. Keine Ahnung. Ich höre die ganze Lüge zu. Wir haben... 3 Uhr 26, ey. Die wollen nur um 3 Uhr schließen, Alter. Leute, ich stehe ja gut durch. Wir sind so müde, ey. Fuck, Alter. Wir haben, Leute, mein Akkuslecht, ey. Wir haben 4 Uhr 10. 4 Uhr 10 und die sind immer noch unten. Ja, ja, ja. Die Sterbelechel. Ich bin so fucking müde. Wir haben gerade erst mal für eine halbe Stunde. Ich pende, ey. Lass mal gucken, was die machen, ey. Ja, lass mal gucken, ey. Was machen, ey? Oh, Alter. Macht's los, oder? Ja, ich bin hier echt mal oben. Ich sage oben, um die 20 Uhr gehe ich hier mal oben. Ja, ich bin hier echt mal oben. Komm her. Die sind weg. Die sind weg. Die sind weg. Die sind weg. Lauf er dich. Die sind weg. Leute, 4 Uhr 10. Endlich sind weg, Alter. Oh, Leute. Endlich, ey. Wir sind alleine in der fucking Shisha-Bar. Bro, 5 Uhr oder was? Oh, wir sind in 5 Uhr, ey. Geil, ey. Cheers, bro. Ey, Digger. Ja, Leute. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind jetzt in der Shisha-Bar alleine, aber es ist so fucking dunkel. Geil. Uff. Da haben wir die falsche Seite. Nicht, dass morgen irgendwie eine Putz vorkommt, oder so. Stell dir mal vor. Nein, man, lass hoch und lass was trinken. Keine Ahnung. Noch eine Penh, Alter. Boah, diese Couch hier glaube ich nie, Alter. Da penne ich, ey. Boah, Leute. So tot-müde. Oh, mein Gott. Tschüch. Leute, wir haben jetzt schon 7.36 Uhr, Alter. Ey, Digger, ich hab gar keinen Bock mehr, ey. Cemmi. Hey. Ja. Kein Bock mehr, ey. Ich schlafe wie so ein geistig gestellter hier, Alter. Ja, lass trinken mitnehmen und dann lass auf, Alter. Ey, Leute, ich bin so müde, ne? Lass was trinken und dann lass auf, Alter. Warte, komm, lass los. Nimm mal die Shisha und komm jetzt. Jetzt nimm und komm, Alter. Halt's Maul, nimm. Jungs, ich lass euch die 20 Euro da. Das sind fast die. Schreib mal so einen Brief an diese Einbrecher von gestern oder so. Boah, was werden die denken, Mann? Ich lass den 20 Euro da für die Sachen und ich würde sagen, Bro, wir hauen jetzt ab. Wir haben nichts vergessen, weil wir können dann nicht mal raus. Sollte, dass das Ding ist, wenn wir die Tür verlassen, Leute, können wir hier nicht mal rein. Hast du alles, was der Energie gibt? Was? Auf geht's! Leute, wir haben es geschafft, Motherfucker! Geschafft, Motherfucker! Ey, Polizei! Tschüss, ey! War das wirklich Polizei? Ja. Nicht, dass einer was gewöhnt hat, Junge. Tschüss! Er ist halt einfach voll locker, Polizei. Lass mal schnell wegfahren. Nochmal, die Jungs, wenn ihr euch das Video anschaut, sorry für diese Aktion und der Rest von dem Geld, Leute, ist Tränngeld für euch. Und ich habe mir bloß der Red Bulls noch im Wasser gesneakt, ich hoffe, das ist okay. Ein Shisha mal schlafen kann ich nicht empfehlen. Wir haben uns gerade gedacht, komm, wir bleiben noch länger, bis die Putzfrau kommt. Und dann haben wir uns gedacht, ey, wenn die Putzfrau kommt, nicht, dass sie die Polizei ruft und alles. Und das wollten wir uns nicht antun. Und Leute, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, dann lasst doch mal einen fetten Daumen nach oben da. Und Leute, schreibt mal unten in den Kommentaren rein. Wo wir das nächste Mal eine 24 Stunden... Wie heißt das, lieber? So ein 24 Stunden Video in... Sag mal, wo wir das nächste Mal hin sollen. In Ikea oder in... Oder in eine Fahrschule... Oder in so ein Trampolinland oder Burger King oder in eine Meckes, keine Ahnung. Schreibt mal unten in den Kommentaren, wo wir es als nächstes machen sollen. Und Leute, ich würde sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video wieder. Macht's gut und haut rein! Tschut!